herzlich willkommen zurück zu let's play planescape torment beim letzten mal leute habe ich etwas getan was eiligen von euch und mir selbst auch nicht ganz so gut gefallen hat nämlich das ausräuchern der toten lande das werde ich in dieser aufnahme revidieren zumindest zum teil wie ihr hier seht ich habe einen speicherstand erstellt wo alle noch alle untoten noch am leben sind wie auch immer dieser paradoxe satz zusammen passt und habe mir die erfahrungspunkte die ich hier bekommen hätte ca 69.000 hatten wir beim letzten mal plus minus 200 glaube ich habe ich mir in den gedankenlabyrinthen geholt in dem ich dort noch mal einen respawn von wehrratten und schädelratten einfach abgemurkst habe und für die habe ich kein großes herz übrig kein herz für schädelratten von daher könnt ihr mir kein schlechtes gewissen dafür einreden dass ich in anführungszeichen ungeziefer töte ich weiß ich bin eigentlich ein tierfreund aber wenn man den umgang von hargrim mit uns mit dem umgang von vieler als einer mit uns vergleicht dann habe ich definitiv mehr gründe die schädelratten zu verachten als hier die untoten von daher bleiben wir jetzt dabei ich werde das letzte video allerdings nicht löschen und aus dem lp rausnehmen denn wie gesagt immer wieder gesagt ich möchte euch so viel zeigen wie möglich und auch das aufhetzen der ghoul gehört bis zu einem gewissen punkt dazu ich könnte es höchstens zu einem kleinen teil in einem extra video oder sowas verstecken oder hier vielleicht für zwei minuten nur andeuten wie es funktioniert aber ich werde jetzt nicht die mühe die ich ins letzte video eingesteckt habe komplett über bord werfen wenn es halbwegs geklappt hat und einigen leuten oder einige hat sich auch nicht gestört vielleicht haben auch einige noch nicht gewusst dass man das machen kann von daher lieber der vollständigkeit halber bleibt es bestehen so was habe ich noch gemacht ein paar kleinigkeiten sind noch passiert ich habe mein inventar wieder aufgeräumt da ich da die schädelratten umgebracht habe und die wehrratten wieder ein bisschen klimberkram gedroppt haben plus kupfermünzen bin ich noch mal shoppen gegangen habe meine blut talisman wieder etwas aufgefüllt auf 18 stück wir verfügen jetzt über 152 schädelratten schwänze heilige scheiße ich habe die zahl nicht mehr im kopf gehabt weil ich eine pause natürlich eingelegt hatte zwischen dem spielstand erstellen und jetzt dem aufnehmen aber 152 stück heiliger heilige macaroni das wird noch lustig nachher und ich habe mir von unserem kleinen geld push noch einmal den elysiumstränen zauber gekauft den es hier bei dem skeletthändler zu holen gab das konnte ich mir jetzt leisten auch wenn ich den zauber wahrscheinlich kaum benutzen werde da er recht geringen schaden macht weil die einzelnen einschläge immer nur bis maximal sechs schaden anscheinend machen können werde ich momentan eher zu den blitzbällen greifen aber ich bin halt so ein zauber sammler wenn ich ein magier spiele als namenlosen dann möchte ich in der regel alle zauber die es im spiel gibt irgendwann mal im zauberbuch stehen haben und zu vorführungszwecken denke ich mal schadet es sowieso nie gut was wir heute vorhaben anhand des titels dieses videos wie es in jedem video der fall ist ich möchte in die untergegangenen nationen gehen aber wir sind ja oben noch nicht ganz fertig von daher wird die erste hälfte des videos wieder woanders stattfinden als es im titel der fall ist welch zufall dass es hier in den weinen steinen ist denn hier sind wir noch nicht ganz fertig gewesen wenn man nämlich mit der muffigen mary gesprochen hat und die fähigkeit wer ist noch mal auf deutsch knochen erzählen geschichten das wäre halbwegs logisch erzählende knochen na gut als wir es gelernt haben klang es dümmer aber als wenn wir die erzählende knochen fähigkeit von ihr gelernt haben dann können wir das benutzen um mit halbwegs frischen leichen noch zu reden da anscheinend ihr bewusstsein sich noch irgendwie in dieser welt befindet als halbwegs untote und das trifft in den weinenden steinen auf einige leichen zu und das will ich natürlich euch nicht vorenthalten die erste davon befindet sich direkt hier vorne am eingang das ist diese hier die anscheinend den toten landen etwas zu nah gekommen ist und sie heißt chat die leiche des sandblonden sammlers ist mit üblen bisswunden übersät der hals des toten mannes windet sich immer noch als ob er versucht sich aus dem rumpf herauszudrehen er spricht unter anstrengung was zum teufel ist los mit dir schraub mal deinen kopf wieder auf deinen rumpf drauf das sieht ja fürchterlich aus hast du diesen als gesehen der dehnt und zieht sich wie ein gummiband das ist ein bisschen sehr persönliche beschreibung ich würde sagen sein hals dreht und zieht sich aber gut vielleicht sollte das innerhalb der anführungszeichen stehen na egal die verdammten wagengrille hat mich gebissen ich bin tot und ich muss meinen kopf auf behalten wenn ich nicht zu einem dieser verdammten dinger werden will er spricht mit großer mühe du musst die wagengrillen auf diesen weg töten und zwar alle wenn du mich davor bewahren willst das kann ich schon machen aber darf ich fragen was für mich da herausspringen würde dafür gebe ich dir die wegbeschreibung zu einem mächtigen magischen gegenstand der anblick des todes verrät mir du könntest ihn gebrauchen was ist das für ein gegenstand finde es und dann sag ich es dir vorher nicht was findet es ich hätte eher gesagt er sagt sowas wie töte erst die wagengrille und dann sage ich aber gut ich bin schon unterwegs auch wenn ein satz nicht sehr viel sinn macht wenn wir mit chat gesprochen haben dann tauchen hier oben in den gängen wieder ein paar wagengrille auf die wir töten müssen dann gilt die quest schon als erledigt nämlich diese na eigentlich sind es drei wo ist der dritte wollen nämlich wieder in einen hinterhalt rein locken die bösen bösen viecher aber das schaffen sie nicht sobald man hier oben einmal die wagengrille ausgerottet hatte die hier in diesem hinterhalt gespawnt sind vor fünf folgen oder sowas dann kommen die auch nicht wieder das heißt diese drei einzel wagengrille hier sind relativ leicht zu besiegen das war es auch schon jetzt können wir direkt wieder zurück zu chat gehen ich hätte namenlos auch einfach hier stehen lassen können merke ich gerade mord räumt er sowieso mit allem alleine auf und wir können ihn auf unseren erfolg ansprechen du stellst fest dass chats genick jetzt besser aussieht es tritt nicht mehr so hervor als ob es sich vom rumpf lösen will danke kompel jetzt weiß ich wenigstens dass ich nicht bis in alle ewigkeit eine wargwe sein werde willst du jetzt eine belohnung haben ja bitte erzähl mir davon ja in ordnung kumpel ich sag's dir es gibt einen grund dafür warum die untergegangenen nationen so heißen es gibt eine magische flasche die immer gefüllt ist eine karaffe die in den katakomben der untergangenen nationen versteckt ist wenn du die hast hast du für alle zeiten frisches wasser wow das klingt interessant fast schon magisches artefakt so ein bisschen wo finde ich sie denn du schleichst dich an den toten bücheln oder den ratten vorbei zu den untergegangenen nationen wenn du da angekommen bist gehst du den hauptweg entlang du kommst an drei türen auf der linken seite sie befindet sich im bogen ganz nah an der hintermauer ich kenne das lösungswort nicht aber es wird dabei schon was für dich rausspringen hast du alles kapiert kumpel ja ich glaub schon aber kannst du noch ein paar fragen beantworten ach komm schon kumpel er hält inne was willst du erzähl mir was über dich wer bist du eigentlich ich ich bin chat ich war mal ein künstler kumpel geld ruhm ansehen frauen und plötzlich war alles aus hab mich fahrrad und seiner truppe angeschlossen und bin zu einem der besten katakomben spitzbuben in der bande geworden ich konnte sogar etwas vor den augen der ghoulkönigin klauen dann dann bin ich anmaßend geworden und ich hatte es auch auf eine der steinhöhlen abgesehen die für mich die echten katakomben hier unten sind und ich bin zu warguilfutter geworden bin fast selbst zu einer warguil geworden nur dank meiner willenskraft habe ich meinen kopf nicht verloren gut dass du vorbeigekommen bist na das war wohl rettung in letzter sekunde aber der typ muss wirklich was drauf haben wenn er sich mit a kaste angelegt hat sofern seine worte natürlich stimmen aber ich will es mal nicht anzweifeln warum sollte er im tod noch wirklich groß lügen oder rumprallen obwohl er macht es ja nicht ganz gut naja egal ähm erzähl mir was über die katakomben erstmal was kannst du mir noch erzählen was kann ich dir über die katakomben erzählen kumpel jede menge monster und wenn du clever bist verschwendest du hier unten nicht deine zeit hol dir was du brauchst und dann geh wieder raus an zu vielen von diesen orten gibt es fallen und an zu vielen von ihnen gibt es dinge die du besser nicht siehst ich gebe dir den rat ab zu hauen solange du es noch kannst ähm na gut und die anderen sammler mit denen du unterwegs warst zumindest tippe ich das mal denn sammler hier unten rein zu schicken wäre nicht farods stil wir sind ganz schön viele gris war der beste nach mir natürlich natürlich was auch sonst na gut viel mehr haben wir ihn nicht zu befragen dann suchen wir mal weiter die information über die wasserkaraffe ist allerdings schon sehr sehr interessant ich glaube wir wissen zu diesem zeitpunkt noch nicht oder haben wir es von wie hieß die dame nochmal die im in der in der verbrannten leiche in der wie hieß nochmal das lokal verdammte hacke jetzt muss ich jetzt kurz nachgucken im moment bestien nscs app knacken müsste das eigentlich dran stehen oder in der schwelenden leiche genau in der schwelenden leiche die eine dame hat uns vielleicht schon sagen können worauf ich hinaus möchte wofür wir vielleicht eine karaffe mit endlosem wasservorrat brauchen könnten aber auch wenn nicht ich meine so etwas kann man sicherlich wenn schon alleine gut beim händler verticken ich meine endloser wasservorrat wer braucht das nicht so leiche nummer 2 die man hier drin finden kann befindet sich direkt am ausgang zum begrabenen dorf was so viel bedeutet wie der typ der versucht hat hier noch zu flüchten hat es ganz knapp nicht geschafft das arme schwein und es ist nicht diese leiche verdammt bin ich hier falsch nee das ist der ausgang moment es ist hier oben nein es ist die da ja die da oben rechts das ist mein fehler nee ist es doch nicht so sieht übrigens aus wenn wir eine falsche leiche ansprechen beziehungsweise eine leiche die nicht antworten kann dann steht hier nämlich toter körper die leiche zuckt deutlich als ob sie unter Strom stünde und ein gasiger seufzer entschlüpft ihrem mund da bekommen wir nur diese standardzeilen hier so wie sei gegrüßt aber dann kommt nur entgegen und die leiche brabbelt mit ihrer flüssig gewordenen zunge und du verstehst kein wort ja davon gibt es ja unten einige also man kann sozusagen man kann sozusagen sagen von den leichen die hier unten rum liegen 50 prozent sind ansprechbar und die anderen 50 prozent sind nieten das heißt wir sind gerade auf der suche nach dem hauptgewinn ich glaube war es der hier ja der war es das hier ist nämlich bird die leiche ist relativ frisch aus den letzten paar wochen oder so also man kann daran schon erkennen wie weit anscheinend leichen zurück liegen können mit ihrem todeszeitpunkt dass man sie noch ansprechen kann mit der knochen erzählen fähigkeit finde ich sehr interessant dass leichen so lange ihr bewusstsein noch behalten bis zu einem gewissen punkt und große teile von ihr sind von rattenzählen weggefressen die haut an der stirn der leiche sieht aus als ob jemand dem armen tropf wirklich das gehirn rausgezogen hat na lecker auf deine fragen hin bewegt es sich aber wer stört mich ich habe ein paar fragen an dich leiche was wolltest du wissen wer bist du überhaupt ich ich war bird ich und loden mein bester kumpel wir sind jetzt tot wo ist loden jetzt von dem haben wir noch gar nichts gehört ist in irgendeiner schrecklichen Fallengruft gefangen wir sind hals über kopf weggerannt von gris und dem Ding das ihn erwischt hat loden rannte zu einer einer gruft von der wir wussten dass sie gefährlich war aber aber er hatte so viel schiss dass es ihm egal war ich habe ihn sterben gehört einen moment lang klingt er enttäuscht er hatte auch die ganze beute von dieser tour es war eine verdammt gute tour eine Fallengruft ja stacheln klingen blut mit gitter am boden wenn loden noch komplett ist wird er dort sein so rein aber pass auf pass auf wo du hintrittst hmm eine Fallengruft hier unten die einzige die auf eine wirklich so vollgestopfte Beschreibung zutrifft wäre die oh wie hieß die nochmal was die Krypta der Verstimmelung oder der ne jetzt müsste die der Verstimmelung gewesen sein ich kann es euch gleich nochmal zeigen aber die die links oben gelegen war hier neben dem Eingang zum begrabenen Dorf ähm was ist mit gris geschehen was schreckliches hat eine gruft aufgemacht und sie war da loden und ich wir haben gris reingeschubst und das weite gesucht hab ihn schreien gehört sie war da drin okay ähm wie bist du gestorben ich ich bin tot muss ich wohl na komisch er hat eben grad noch am Anfang gesagt dass er und loden tot sind hm ist wohl ein kleines zeitparadoxon drin flohend vor der königin der gruft und rannten durch die katakombe loden geriet an einen schlechten ort ich ich bin weiter gerannt bin voll in die mauer gerannt hab ne weile geblutet bin aufgewacht da kauten ratten an mir rum die haben mich zu tode gefressen ok das ist ein bisschen blöd für ihn dass er gegen eine mauer gerannt ist ansonsten hätte er es wahrscheinlich noch raus geschafft verdammte hacke das ist echt so eine knappe kiste gewesen ähm kannst du mir was über die katakomben erzählen waren waren unser jagdrevier eine goldgrube wollte nur mit knochen hier raus kommen zu gefährlich gris was mit gris die leiche verstummt mhm ok das heißt wohl aus irgendeinem kriegen wir nicht mehr viel raus er ist schon am rande der der zurechnungsfähigkeit wie weit das auch für leichen gelten kann in diesem stadium hm na schön wir haben also jetzt noch zwei hinweise bekommen nämlich gris und loden und ich weiß nicht ob es gleich noch wirklich so wortwörtlich gesagt wird aber ähm da unten der kollege chat hat schon erwähnt dass er der ghoulkönigin höchstpersönlich etwas unter der nase weg geklaut hat und bird hat gerade eben gemeint dass sie das ding beziehungsweise sie ähm befreit haben bei ihrer letzten beutetour deswegen vermute ich mal auch da die leiche hier vor wenigen wochen anscheinend ähm da er vor wenigen wochen erst getötet wurde ähm verdammt ich hab heute den froschenmalz entschuldigt ähm dass es gut sein kann dass sie akaste befreit haben ich ach mord sei ruhig ich bin mir da jetzt gerade nicht ganz sicher aber es ist natürlich nicht unmöglich richtig ich meine wenn wirklich die situation mit akaste sich schon länger abspielen würde würde ich meinen dass das ist die chance ist halt größer wenn die toten lande da unten schon wirklich 100 jahre oder sowas wären würden dann ich würde nicht denken dass akaste wirklich 100 jahre warten würde um da unten den aufstand anzuzetteln das glaube ich irgendwie nicht aber das sind jetzt äh Informationen wo ich nur vor mich äh hin enträtsel ist kann natürlich auch was ganz anderes sein vielleicht sollte ich nachher mal einer wiki nachschlagen oder sowas aber das ist heute nicht unser ziel wir wollen noch die restlichen zwei leichen entdecken bevor wir uns aufmachen in die untergegangenen nationen und Nummer 3 ist ein bisschen schwierig und ich würde fast meinen die meisten von euch kennen den guten loaden nicht das Problem bei der ganzen Sache ist nämlich dass in der Vanilla in der ungefixten Version ohne Patch Logans Leiche sich hier unten in dieser in dieser Blutpfütze mit geschredderten Körpern befindet die alle von da oben von den Fallen runter anscheinend gekommen sind wie auch immer und das Problem mit der ungepatchten Version ist dass der Trigger das heißt das Auslösen um die Leiche anzureden die sich genau hier übrigens befindet das ist der tote Körper von loaden überlagert mit dem was hier diesen Text anzeigt für die ekelerregende Blutpfütze das heißt in der normalen Version war es fast unmöglich loadens Leiche überhaupt zu finden weil vielleicht nur ein oder zwei Pixel davon überhaupt seinen Trigger für den Dialog ausgelöst haben alles andere vorher hat nur die Blutpfütze mit dem untersuchen mit diesem grünen Text hier ausgelöst dank des Patches allerdings ist es relativ leicht ihn anzuklicken wenn man weiß wo er liegt und dann kann man auch mit seiner Leiche reden diese Leiche wurde grässlich durch die Mangel gedreht sie sieht aus als wäre sie verbrannt erstochen zerstückelt geknüppelt und durch ein Gitter gedrückt worden das erinnert mich irgendwie an die Entführung aus dem Serai entschuldigt dass ihr jetzt aus dem Nähkästchen plaudert aber da habe ich früher in der Schule ein Theaterstück mit gespielt erst geköpft dann gehangen dann gespießt auf heiße Stangen oder so hieß das damals sie ist in zwei Hälften geteilt und liegt in einer getrockneten Lache aus altem Blut die Stimme die aus ihr dringt klingt trotzdem fast Jovial okay ich habe keine Ahnung was Jovial heißt verdammt das Wort kenne ich nicht und man kann einen leisen Unterton verrückter Freude heraushören okay das ist fast schon eine Herausforderung ja Tosse was willst du ne Moment ein leiser Unterton äh das war zu viel aber gut ich korrigiere es jetzt antworte auf meine Fragen gleiche vielleicht antworte ich vielleicht nicht stell deine Fragen wer bist du Loden was ich und Bert und manchmal Griss obwohl er nur eine großmäulige Nervensäge war er war beim letzten Mal mit uns zusammen wir waren die Könige der Katakomben weiß nicht wo Bert steckt ist wahrscheinlich tot äh was ist denn passiert bin irgendwo falsch abgebogen als wir vor dem Ort weggerannt sind wo wir Griss zurückgelassen haben bin hier reingestürzt und bevor ich meinen Fehler bemerkt habe wurde ich auf 20 verschiedene Arten aufgemischt meine Überreste wurden durchs Gitter gedrückt und jetzt jetzt zahlen nicht mal mehr die Staubis dafür er gibt ein feuchtes Kichern von sich das wie Sumpfgas riecht ich liebe diese Beschreibung immer noch was ist mit Griss geschehen das ist eine Geschichte für sich war eigentlich meine Idee und zuerst lief es auch gut Bert hatte keinen Schimmer was ich machte hab mich ein bisschen umgesehen herausgefunden wo sich ein Ghoul niedergelassen hatte und dachte wir könnten den alten Griss da runter bringen stellte sich raus dass der Ghoul noch mehr Ghoul produziert hatte und fast hätten sie uns erwischt haben Griss reingeschubst und Fersengeld gegeben als ob die Dame selbst hinter uns her gewesen wäre wette Griss ist tot ähm ich hab noch andere Fragen an dich glaube ich ähm kannst du mir was über die Katakomben erzählen? weiende Steine nennen wir sie wegen dem Wasser das von der Decke kommt und den weinenden Gesichtern an den Wänden gibt viele Gruften da unten und viele davon haben wir geplündert echt schade dass es damit schief gelaufen ist aber es musste ja so kommen ich kannte diesen Ort wie meine Westentasche aber jetzt kann ich mich an nichts mehr erinnern hmm ihnen hat's wohl naja alle sind tot aber ich glaube so ein zerfetzter Körper das war sicherlich kein sehr angenehmer Tod sagen wir es mal so aber es wird immer mehr klar was passiert ist mit diesen vier ups da komm bitte nicht sterben während du da stehst die Falle möchte ich nicht zweimal auslösen also es wird klarer was passiert ist mit diesen vier ähm vier Sammlern die sich hier runter in die Katakomben getraut haben offenbar haben sie einen Ghoul befreit und sind dann panisch die Flucht angetreten bei Chad bin ich mir nicht ganz sicher was ihn wirklich getötet hat weil er hier unten angekommen ist vielleicht hat er sich doch zu sehr den Totenlanden genähert alles andere kann ich mir nicht erklären warum er niedergemetzelt wurde in dieser Gegend hier ähm Bird hat es fast bis nach Hause geschafft ist allerdings gegen eine Mauer geknallt und wurde dann von Ratten aufgefressen das ist natürlich absolut ironisches Schicksal und der gute Loden hat einfach eine komplett falsche Abzweigung gewählt wahrscheinlich hier vorne einfach nicht da rein sondern dann da rein und ist in die schlimmste der Fallengrüfte geraten wir wissen bis jetzt nur von Chris dass er zurückgelassen wurde und Loden ihn reingeschubst hat damit wahrscheinlich als Ablenkung damit die Ghoul sich erst auf ihn stürzen was natürlich ein feiner Zug ist aber wenn wir hier mal reingehen in die Krypta der Umarmten dann sehen wir hier oben eine Leiche die ich beim letzten Mal glaube ich auch schon angesprochen hatte und diese Leiche die dort oben in dem Sarkophag steckt ist wie es der Zufall so will der gute Chris dies ist die Leiche eines Mannes mit einem überraschten Ausdruck auf seinem haken nasigen Gesicht es ist schwer zu sagen woran er gestorben ist er könnte an den vielen schrecklichen Hiebwunden in seinem Bauch und Hals gestorben sein oder am Blutverlust den er erlitten hat als sein rechter Arm fast von seiner Schulter abgetrennt wurde als der Leichnam dir antwortet rasselt seine Stimme in seinem Hals oh Gott und ich hab eben grad schon wieder Halshusten bekommen Moment ich krieg kurz einen Schluck Kaffee ja die kratzigen Stimmen die gehen mir wirklich immer auf die Kehle bei diesem Let's Play mhm 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 und dass die Jungs einen Hieb von einem großen verdammten Dinger bekamen äh wer bist du Leiche äh wer bei allen neuen Hüllen bist du zeig dich äh oh bei Pans behaartem Arsch ich bin tot stimmt's äh ich fürchte ja kannst du mir ein paar Fragen beantworten hab immer gewusst dass es mal so enden würde sag Schleifer bin ich immer noch in den Katakomben äh ja bist du die Leiche klingt verbittert äh sieht so aus ja wirklich hilf ihnen und sie rühren keinen Finger für dich äh darf ich dir jetzt endlich Fragen stellen die Leiche stößt einen langen Seufzer aus was wolltest du wissen Dussel was ist mit dir geschehen Gris oder erstmal lass uns feststellen wer es überhaupt ist also wer bist du mein Lieber ich bin Gris Gris der Geier sie nannten mich so weil ich grüften erschnüffeln und die beste Beute rausholen konnte bevor irgendwer sonst überhaupt Bescheid wusste hab die meiste Zeit damit verbracht Leichen auszunehmen wieso fragst du oh guck mal was wir hier stehen haben Quint hat nach dir gesucht Gris er meint du hättest etwas von ihm Quints Talisman? die Leiche lacht hehehehe wenn diese ausgestopfte Pockenverseuchte Uhrensohn dich deshalb hier runter geschickt hat bist du an der falschen Adresse Dussel das Ding ist im begrabenen Dorf ja aber wo ist es im begrabenen Dorf? hehehehe Dussel wenn ich nicht tot wär könntest du drauf wetten dass du mich niemals zum singen bringen würdest aber er legt eine Kunstpause ein aber da ich jetzt tot bin werde ich's dir sagen er ist vergraben in dem Abfall links neben dem Haus von Martha der Leichenfetzerin ich hoffe es macht er nichts aus im Müll zu graben ich werd's schon finden danke aber vorher möchte ich dich fragen was ist eigentlich mit dir geschehen was ist dir überhaupt passiert als ihr diese Krypta hier ausgehoben habt? ich und meine Jungs wir hatten gerade diese Gruft aufgekriegt und das war schwerer als nen Keusch als Gürtel aufzubrechen sag ich dir nachdem wir eine Ewigkeit an der Tür rumgemacht hatten kamen wir hier rein und wollten gerade die Hauptgruft aufmachen als meine Vollblüter zu brüllen anfangen und dieses dieses Ding mich absteht und in die Gruft schmeißt ich nehme den Kampf auf und höre wie sie anfangen zu rennen meine Vollblüter was ist mit ihnen passiert wo ist Burt und Loden haben sie es geschafft oder stehen sie im Totenbuch ja wir haben sie ihre Leichen getroffen und können mit Sicherheit sagen sie sind tot ja gut schreckliche Vorstellung sie wären ungeschoren davon gekommen während ich hier unten tot rumliege ja wenigstens das ist im Tod noch eine Erleichterung für dich sehr schön ähm kannst du mir was über die Katakomben erzählen sie sind mein Jagdrevier gibt viele reife Gruften da unten so gut wie unberührt seit über er unterbricht sich nun seit vielen Jahren schätze ich ich und die Jungs haben viele Gruften da unten aufgebrochen wir waren gerade zu dieser hier durchgekommen als der R ja los ging ja wenn wir ihn fragen was passiert ist kommt wieder die Story die wir eben schon hatten offenbar als sie diese Krypte ausgehoben haben hat vor allem Loden dessen Plan es war Gris hier einfach reingekickt und panisch die Flucht ergriffen natürlich unter der Voraussetzung dass er vielleicht noch ein oder zwei Habseligkeiten hier rausklauen könnte zu Gris Ungunsten aber der Plan ist wohl ziemlich nach hinten losgegangen äh kannst du mir was noch über die anderen Krypten hier unten erzählen links vom Eingang ist eine wo ein Schwarm dieser abscheulichen Ghoulkörper rumfliegt würde da nicht ohne eine Menge Fackeln und ein paar Armbrüste rumlaufen ein Stück weiter rechts vom Eingang ist eine Gruft mit schönen Kacheln dann ist da noch die die vor dem Eintreten dieser unglücklichen Umstände erforscht habe ich glaube die Gruft mit den schönen Kacheln birgt irgendein Geheimnis sie riecht anders nur dann gibt es da irgendwo noch eine geheime Kammer aber ich habe keine Ahnung wie man da reinkommt ich habe keine Ahnung wo dieses Wurst mein Zeug bedeutet aber ich tippe mal das ist die Frage nach der vielleicht nach der Bronzekure keine Ahnung auf jeden Fall die Antwort lautet ein Stück weiter unten durch die Untergang Nation weiß aber auch nicht mehr genau wo ein bisschen aus dem Zusammenhang gegriffen aber es wäre vielleicht ein guter Hinweis gewesen wo wir weiter suchen sollen naja können wir nichts mehr dran ändern und das sind die vier Leichen die man hier unten noch treffen kann insgesamt natürlich nicht so hilfreich für unsere Suche nach der Bronzekugel aber es sind ein paar der wenigen Ex-Personen mit denen man noch reden kann die ja als Ziel für die Geschichten erzählen Geschichten ne für die Knochen erzählen Geschichten Fähigkeit benutzen kann es gibt nicht viele Anwendungen im Spiel wo das zutrifft außer den Zombies aber das sind die vier Leichen hier unten bei denen man es machen kann ich bin weg